Ich will zurück ans Meer in die Türkei. Sie werden übrigens in Ihrem Büro erwarten. Ich soll Geld verschoben haben. Mann! Ich bin hier erschreckt! Scheiße! Wie ist das, wenn man tot ist? Ganz einfach, man bewegt sich nicht mehr. Der erste Dönerfriede, der Sauerkraut in seinen Döner stopfen würde. Diese Affirmationskernlacke. Er ist ihm bleibt dein Vater. Da scheiße ich drauf. Verschwinde! Verdammt, dann zieht doch beide aus! Zieh in deinen scheiß Imbiss! Ist mein Döner fertig? Pfandschreiben kann hier nicht jeder. Als Pfand morgen zahle ich. Zu Prozzi. Sollen Sie sich ja nicht tragen, sondern als Pfand nehmen. Ah! Ist das ein Blödsinn! Wartet da niemand auf dich? Ne. Ist lange her. Juhu! Am Ende zwei Tomaten. Ja, nee! Kein Ketchup drauf! Ja, oder? Na, klauen wir! Ja, oder? Das ist meine Firma! Salutes! Böller macht schöner! Du hast dich nicht verändert, Habik. Papa, ich hab Scheiße gebaut. Und aus kleiner Scheiße wird dann immer mal große Scheiße. Deine Nase sieht vor allem scheiße aus.